Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dead... Scheiße! Dead Space 3 mit Kater vom EPG Miggis, hallo! Hallo! Äh, eigentlich wollten wir seinen, äh, Let's Play raustappen, aber... Ja, aber Gegner wohl doch nicht. Alter! Ja, ich versuche ihn auch nach unten zu schicken. Ah, okay. Ich glaube, Eddie spricht nicht mehr mit uns. Eddie ist total pittlich auf uns. Aber wir haben das einzig Wichtige getan. Muss ich da irgendwas machen, oder reicht das jetzt? Nö, ich glaube, ich muss einfach nur gucken, dass... Oh, oh! Okay, Ellie ist... Aua! Ellie ist Aua! Ey, Ellie ist Aua! Ja, die auch Zugsteuerung finden. Oh, geil! Oh! Was? Von wo? Was ist das? Ja, leider. Ach, da, da, da! Ach, da! Ach, ach! Oh, hier, einmal hesslicher Alter! Wow! Wow! Da muss davor schon sein, sind wir hier... Der hier im Schnee. Alter! Einfach mal Kopf zertreten. Sag! Ach, geil, so mag's immer. Alter! Lebt noch! nach diesem Teil lebt es noch den hast du da hinten getötet wow wow oh fuck, fuck hinter und zinder und zinder, pass auf hinter wow 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 Achtung hinter dir Achtung Ja hab ich hab ich Ja erledigt Ich hör was, ich hör was Ich hör was, ich hör was Achtung hinter dir, hinter dir Fuck, ich hab hier nicht erledigt Ja erledigt, erledigt Oh, da kommt noch einer Aber krass ist, ich hab immer noch die Anfangswache Echt? Ja Du bist aber auch noch gut mit Ja ja, weil ich die auch verbessert hab so aber Manchmal merke ich so, dass ich mehr Schuss bräuchte, als wenn ich jetzt noch eine bessere machen hätte Ja, mit dem jetzt komm ich eigentlich nicht ganz gut klar Obwohl das nicht so viel Schaden macht Ja Ja Deine wurde schon besser Ja Deine wurde schon besser Okay, ich schalte So Okay Da war, da war irgendwie noch ein anderer Raum Wo so, wo man lang gehen konnte Mhm Doch, noch mehr Doch, noch mehr Hat er will Doch eben geht weiter Aber nein, es geht ja nicht weiter, Mama Ich wusste irgendwie das Mama kommt Oh ja Der Partner wartet an der Abseilstation Der ist ja okay Boah, der ist mein Abseil, der war richtig ne Ja Bäm Boah Alter Oh Ja Bei mir ist wieder nichts Ja Falsch wieder Ja, das bringt nichts Dann würde ich die andere nehmen Das noch, Alter Mit Shift springen ich, ne Ich weiß nicht Ich bin ja gespielt mit Kontrollern Ja, kommt zwei Stück oder was Wie komme ich denn hier rüber über die Scheiße? Scheiße, ey Dann muss ich zu dir rüber sprechen, oder? Nee, weil wir gehen, glaube ich auch nicht So, ich muss zu dir rüber Und wenn es bei dir nicht weitergeht Dann muss ich zu dir rüber Wow Alter, wie springt man? Äh, ich weiß ja nicht Bei mir mit Shift Ja, drüber Ich weiß nicht, wie das bei dir ist Alter, ich kann nicht weiter Ja, du musst auch noch in die Richtung drücken, oder? Ja, du musst auch noch in die Richtung drücken, oder? Ah, okay Weiter kann wieder ein Klotz So, und... Ich bin um Ja, ich auch mal Na, wo bleibst du? Ob bist du schlecht? Ja, ich muss erst mal gucken, wie es dir ging Gott, verdammt Okay, da wird's mir langt Ich verstehe einfach nicht, warum er versuchen sollte, dich zu töten Er gab mir die Schuld für den ganzen Schlamassel hier Er wollte unbedingt teil, ich wollte unbedingt teil Geil Vielleicht sei eigentlich ein gutes, aber auch ein Schädel zu viel Na ja, hatten wir in der letzten Früh schon mal geklärt Ja Ich bin für dich da, und das meine ich ernst Oh, ich bin für dich da, oh, wie romantisch Wir müssen ja nicht mit so'n Wunderteppich durch die Luft gehen Ja, eigentlich ja schon Alter Komm, jetzt rette mal richtig, so macht man das hier Okay, na, du bist fürs Robe Okay Ja, meine sind nur kein Abgroten Das ist cool, ich trinke mal kurz nen Schluck Ja, tot Und? Dass ich dich verschluck'n? Ja, weil... Ich lachen musste Achso Jetzt spielst du Schluck oder Spucken? Oh Ja Ja Woll ich nur wissen ob du bist Das ist ne Tully Jo Ne, der Steck Wow Alter Alter Ja, es ist okay, es ist okay So So, pass auf Ah, ihr Mama Hinter, hinter dir Hinter dir Ja, halli Wir scheiße Oh nein Was? Ja, du bist ja schon so, musst du im Sturm Ach so Weil der explodiert ist Ach so sind die Viecher, okay, hab's Sucherbord wartet deine Bank Ja, aber auch was Sucherbord wartet deine Bank Sucherbord wartet deine Bank Ach, jetzt ist der zweite Sucherbord, oder was? Ja Ja, okay So 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 Oh ja Oh ja Jetzt bin ich jetzt Jetzt bin ich voll Ich bin da echt nochmal gespannt, also Also ich bin echt gespannt, wie das Ende auch sein wird dann Ja, also ich hab mich nicht gespoitert Ich hab zwischendurch mal, als ich Kong als Kongon saß, hat er das ins Pläte haben Bis zu hoch auf so von der anderen Seite Und bei Hadi hab ich zwischendurch auch mal reingeguckt Miauuu Und ähm Und ähm Und ähm Ich glaube, Hadi hab ich den Anfang gesehen bei Kongon und sage, zwischendurch wo die in diesem Oh fuck Oh fuck Pass auf, bleib mal her zurück Wow Ah ja, schieß doch da rauf Jaaa Oh fuck Ja, ja alles gut Alles gut Oh, die werden wieder Wow Pass auf Jetzt muss ich jetzt mal her Ja, das ist okay Fuck Was? Ich wurde wieder umgehauen Wow Wo ist hinter mir? Wo ist hinter mir? Wo ist hinter mir und ich wurde auf einmal umgehauen, Alter Hast du noch genug Energie? Ja Ich hab die nächste, ich bin im Game Woow Oh ja, Medipacks, das kann ich mich wieder auffüllen Ja Und ich hab mich wirklich nicht beim Ende gespoilt Als ich Ende gesehen hab, hab ich gedacht Ah, ah, gucken sie das jetzt an Nein Tust du nicht Darf ich das Spiel Ich wollte das Spiel schon Schon immer selber spielen Ja Und dann hab ich mir gedacht Ich brauche nur noch entweder jemand, die das mit mir zuckt Oder ich jetzt playe das alleine Und das ist dann einfach durch Zufall Alleine ist natürlich nochmal Also es wäre noch für mich, wenn ich überlegte Und ich hab halt Dead Space 2 gespielt Mhm Das war echt Nervenkitzel Weil jede kleine Situation, du bist halt alleine auf dich gestellt Ja Das ist ja auch das Feature hier bei dem dritten Teil Dass du halt nicht alleine bist Das ist natürlich dann nicht mehr so erschreckend Natürlich, ich hab mich ja trotzdem nicht mehr erschreckt Mhm Aber wenn man das natürlich alleine spielt, dann ist das natürlich nochmal mehr Angst, weil, ja, geile Suchrobot erhalten Oh, du hast den auch Sag ich jetzt drei Ja, müssen wir drei haben, ja Ich hab im Moment erstmal noch einen Fail Ach, ich hab den einen gar nicht gesetzt Ja Ach, das ist jetzt der, den ich erhalten habe Ja Dann setze ich den mal kurz Ja, dann hätte man glaube ich immer Ähm Ja, wie gesagt Ich hab immer geplant, das alleine zu lösen Aber dann habe ich mir gedacht Nee Und da Ich glaube, das war eine gute Entscheidung Denn da, wo ich jetzt mein Skill hier gerade sehe, denke ich mir nur Ja Das wäre 100 Folgen gewählt Das wäre alleine, glaube ich, Kahn 100 Folgen oder so im Dreh hätte ich dann hier produziert für euch Geil Gut Ich hab noch einen Aufzugabsatz gefunden Aber immer noch keine Winde Ach, guck mal hier ist ne Bank Geil Wir sind jetzt beim Käfig Es ist ziemlich gefährlich da oben Ich hoffe, ich finde mal deine Winde Isaac Immer bitte vorsichtig RIPCOR Ich will nicht Robert und dich am gleichen Tag verlieren Oh Okay Das ist aber Ja, ey Das war zu Ich glaube, ich schicke ihr ne Freundschaftseinnahme bei Facebook Was ist ne RIPCOR RIPCOR RIPCOR, ja das Oh, jetzt hab ich ja ein bisschen Wolfrahmen Ja, ich will das eigentlich sparen Für, ähm Guck mal, ob ich mir das alles machen kann Weil der ist kompaktrahmen Im Köln dieser RIPCOR Im Köln dieser RIPCOR Ja, mach ich mal das doch gut aus Ähm Ähm Na, da Na, ich hab mir jetzt ne Maschinenrennrot Richtig, geil Ich hab mir jetzt mal was neues gemacht Ich muss mal gucken, wo es das geno ist Das hört sich Ganz nice an und sieht Auch ganz nice aus Gucken wir mal was das ist Und fangen wir die mal in den Slot Slot klingt wie Slot Auf jeden Fall Auf jeden Fall Denk mal kurz drauf So, die Notwurfs wurde in Safe abgelegt Ha, 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 so Ne, ich will kein Objekt im Moment erstmal herstellen Ich will irgendwas mal auf Zum Safe da, das hab ich gerade hergestellt Und die will ich mit dem hier tauschen Hm Und dann gucken wir mal nochmal Keine Objekte Bist du schon fertig? Ich bin fertig, ja Irgendwie die Packs definitiv herstellen Ah, die Torchstange Diese Torchstange Oh, das ist eine sehr gute Idee Jetzt hab ich vier von denen Diesen Torchstangen-Dingens da Ja, ich glaub, vielleicht brauchen wir gar nicht mehr so viel Also wie gesagt, ich hab das Gefühl Es geht auf Ende zu Ab wo wir erst 50% beim Speichern Ja Ich weiß natürlich nicht, ob da jetzt irgendwie noch alles Kleine, kleine Sachen auch Mhm Guck mal, ich guck jetzt mal, was ich mir hier erstellt hab Und wir gucken mal Wow Alter, so ne Säge oder was? Ja, geil Eiskalt, der Typ, ey Das ist falsch Erstmal hier wieder Suche um Bots legen Ich bin in den Bots eingesetzt Ich bin in den Bots eingesetzt So, noch im Bots sitzen Wollen wir hier so Ich kann kein Bots einsetzen 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 Zu viele Bots eingesetzt Scheiße Ja, sozusagen hat mich immer wieder da Okay So müssen wir jetzt hin Hier, open So Aber ich glaub, man Was hast du denn für ein geiles Teil, ne? Ja, so eine Maschine Okay, wir müssen uns wieder hoch entscheiden Oh, geil Ja Aber jetzt mal alles so wegnehmen Alles so wegnehmen, was wir hier sehen Weil, wenn es irgendwie ein krasser Kampf noch kommt Weil, weil dieses Spinnvieh haben wir ja auch noch nicht richtig drüber Glaub ich nicht, nein Wir wissen ja, ob es ja immer abgehauen wird Jetzt weiß man ja nicht, ob es noch überhaupt lebt Mhm Ich bin gespannt, wie es euch läuft Ob es überhaupt nichts gibt Oder wie das Ende überhaupt abläuft Ja Ob wir vielleicht noch mal gegen dieses Spinnvieh kämpfen müssen den eventuell schnell über Woaaa Fooaaack Schnell weg, schnell weg Schnall rüber Ach, okay, geh mir rüber Was?! Bin ich, oder bist du? Du Du bist zu den. Oh, kacke So, dann stimmt man Ok. Na gut, es liegt alles wieder an mir. Wie gesagt, Hashtag Skill braucht man. Oh ja. Also wir müssen jetzt die verlangsamen und dann immer gleich schnell rüber gehen halt. Ja. Wie wärs wenn du die verlangsamst? Ja, ich glaub wir müssen bei, weil wir sind ja unterschiedlich weit. Oh, fuck. Ich bin da rüber gesprungen, aber wieso glitsch ich denn da ab? Fuck. Nein, wieso glitsch ich denn da ab? Alles gut, alles gut, alles gut. Ich versteh das nicht. Ich weiß, weil du nicht zu weit springst. Ich weiß, ich bin immer rüber gesprungen und immer wieder abgeglitscht. Dein Coopartner ist gestorben. Den Satz hast du schon öfters hier noch geklärt. Aber ich bin auch immer gestorben. Nicht so, dass du jetzt die ganze Zeit nicht stirbst. Warte auf Partner. Sollen wir auch schneller. Ja, hallo. Ich bin nur ein Euro-Jobber. Guck mal, ich muss nämlich jetzt hier rüber. Geht ja schon wieder? Ach, die kommen da nicht rüber, das geht bloß nicht. Oh nein. Ich kotze, wieso? Oh, jetzt bin ich aus dem Spiel rausgetapet. Ähm. Ich komme einfach nicht drauf. Klar. Also. Machen wir eben hier kurz einen Cut, weil die Folge ist leider schon vorbei. Ey, wieso komme ich denn da nicht rüber springen? Versuchen wir es in der nächsten Folge dann. Okay. Okay. Ah, so Leute. Dann, äh, würde ich sagen, macht mir für heute Schluss. Und, äh, schaut auf unsere Kanäle Mr. Mr. Creeper und auch die AP Gaming Guys. Die sind ganz doll. Oh, ganz doll, ja. Und ja, schaut unsere anderen Videos an. Abonniert uns, liked uns, schreibt uns Kommentare in die Kommentare. Und, äh, darüber wollen wir uns sehr freuen. Ja, und dann schaut morgen auch wieder rein bei Deadbased3 Coop. Mit dem dem Remiree. Juhu. Tchaoi. Tschüdyi.